Mein Name ist Wolfgang Palme, ich bin Mitgründer und Leiter der Cityfarm Augarten in Wien. Ich habe die Universität für Bodenkultur absolviert und in meiner gemüsebaulichen Forschungsarbeit geht es mir um die Entwicklung von zukunftsfähigen Anbauverfahren im heimischen Gemüsebau, um den vier Jahreszeiten Gemüseanbau. Hier aber in der Cityfarm gärtnern wir mit Kindern und Erwachsenen, mit klein und groß und vermitteln die Freude am Gemüse, die Freude an einem nachhaltigen Lebensstil. Gießen ist die hohe Kunst des Gärtners. Nicht umsonst war das in vergangenen Jahrzehnten und Zeiten in den Profigärtnereien immer Chefsache. Naja, so kompliziert ist es auch wieder nicht, aber ein paar Dinge muss man schon bedenken, wenn man seine Gemüsepflanzen gut mit Wasser versorgen will. Und das ist es, was sie unbedingt brauchen. Sie brauchen Wasser. Vor allem im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, schlappt das Gemüse zu Mittag, wenn nicht genug Wasser vorhanden ist. Und wann muss man jetzt am besten gießen? Wir gießen in der Früh und zu Mittag. Ruhig auch zu Mittag, keine Sorge, es kann da nichts passieren. Aber lieber nicht am Abend. Wer am Abend gießt, der riskiert, dass die Pflanzen tropfnass in die Nacht gehen und das kann wirklich zu unangenehmen Pilzinfektionen führen. Im Sommer können dann Zucchini und Tomaten schon relativ rasch von diesen unangenehmen Pilzkrankheiten befallen werden und vorzeitig abschließen. Das wollen wir ja nicht. Und wenn wir gießen, dann auf jeden Fall ausreichend. Nicht einfach nur einmal so geschwind einmal drüber, sondern wirklich gründlich und bis zehn zählen auf jeder Fläche im Beet, wo man hingießt. Und wer keine Tröpfchenbewässerung am Beet hat, der ist gut bedient, wenn er einen Schlauch hat. Und so ein Gartenschlauch, mit dem kommt man wirklich in jedes Eck vom Garten, wenn er mit einer Schlauchbox entweder mitten im Garten aufgestellt oder an einer Wand montiert, einfach so seine Beete ausgießen kann. Da kommt man nämlich wirklich dann in jedes Eck vom Garten und dann ist jedes Beet gut versorgt und einem gesunden Gemüsewachstum steht nichts mehr im Wege.